Gegen Abgrenzung und Fremdenhass wollen wir ein klares Zeichen setzen, denn wir sind neugierig, wir sind weltoffen, wir sind friedliebend, wir sind tolerant und wir haben keine Angst. Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Unterdrückung, gegen Engstündigkeit und gegen Rassismus. Du kannst uns dabei helfen. Demonstriere mit uns für eine Welt ohne Vorurteile. Demonstriere mit uns für eine Welt ohne Krieg. Dafür gehen wir am 5. Dezember auf die Straßen von Naumburg. Bitte teile dieses Video, damit noch mehr Menschen mit uns für den Frieden Flagge zeigen.